Yo Leute, hier ist Turo und ich wollte euch einfach nur zeigen, dass ich jetzt auch aufnehmen kann, also beziehungsweise das ist jetzt eine QSG Aufnahme und da seht ihr mal, dass ich jetzt, also da seht ihr wie ich jetzt aufnehmen kann und ich hoffe es gefällt euch. Ich habe jetzt 60 FPS aufgenommen und ja, ihr könnt ja mal links oben gucken, wie viele FPS ich jetzt habe, ne aber ich kann jetzt richtig geil aufnehmen Leute, da wird jetzt die Tage was kommen, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, haut rein, ciao! Hier we go! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.